Hallo liebe Collect&Trader, ich habe eine kleine Nachricht für euch und zwar könnt ihr etwas gewinnen bei uns in der Facebook-Gruppe und wir haben auch eine Facebook-Like-Seite erstellt, findet ihr in der Videobeschreibung. Also wenn ihr das hier jetzt gewinnen wollt, was ich euch jetzt zeige, dann schaut mal in die Gruppe, erfüllt die Bedingungen, ist eigentlich ganz einfach. So, also was gibt es zu gewinnen? Diesen Haufen Karten hier, die auch, mit der Belichtung muss man mal ein bisschen schauen hier jetzt, da sind ein paar Holos, ein paar Rears und hier noch dieser ganze Haufen an Commons, die aber eigentlich auch im super Zustand sind, es ist alles möglich hier dabei und das hier ist eigentlich das Augenmerkmal, das Hauptmerkmal gewesen, was ich verlosen wollte, dann dachte ich mir, komm ich weiß eh nicht, was ich mit diesen Karten hier anstellen soll und dann verlose ich die doch mal unter euch. Ganz einfach erklärt mal kurz, ihr müsst uns abonniert haben auf YouTube hier und euren Google- oder YouTube-Benutzernamen bei dem Facebook-Post in unserer Gruppe halt als Kommentar verfassen und da lassen, damit man halt gucken kann, okay, ihr wollt mitmachen, das bestätigt ihr in der Gruppe, nicht unter diesem Video hier bitte, in der Gruppe unter dem Beitrag, schreibt ihr euren YouTube- oder Google-Nutzernamen hin, damit nehmt ihr dann teil. Ihr müsst uns allerdings auf YouTube abonniert haben, also wenn wir euch als Gewinner auslosen, dann, ja, gucken wir erst, habt ihr uns wirklich abonniert und dann schreiben wir euch an. Dafür müsst ihr natürlich eure Abos sichtbar gemacht haben, öffentlich gemacht haben auf YouTube, damit wir das sehen können. Und als kleiner Hinweis noch, ich habe, ihr seht es vielleicht jetzt gleich, hier auf CardMarket 754 Einzelkarten eingestellt. Collect & Trade ist mein Accountname, wenn ihr Karten haben wollt, könnt ihr da mal durchschauen, sind eigentlich, denke ich, ganz gute Preise dabei. Und dann könnt ihr es einfach bestellen, könnt ihr auch alle auf einmal kaufen, dann spart ihr euch natürlich Versandkosten, hust, hust. Und sonst möchte ich noch viel Glück sagen und, ja, dann kommt das Video jetzt gleich hier online. Schaut in die Videobeschreibung, da sind Links zu den Beiträgen, da ist auch alles nochmal erklärt. Viel Glück, wenn ihr teilnehmen solltet, bis zum nächsten Mal.